Menschen, die etwas gegen sechsbeinige Insekten haben, wird beim Anblick dieses Gitterbots der Angstschweiß über den Rücken laufen. Die kraftvollen Beinchen überwinden fast jedes Hindernis und auf ebenem Gelände kann das Insekt richtig schnell laufen. Das Gitterbot ist kinderleicht über die Fernbedienung zu steuern und merkt sich den letzten Befehl. Aufgeladen wird das Roboterinsekt über einen USB-Anschluss. Wenn das Gitterbot aufgeladen ist, erlöscht die Kontrolllampe. Den USB-Anschluss kannst du ganz leicht in der Fernbedienung versenken. Das Gitterbot wird mit Fernsteuerung, das gleichzeitig das USB-Ladegerät ist, ausgeliefert. Gitterbots gibt es in verschiedenen Farben, wobei jede Farbe ihre eigene Frequenz hat. Du kannst also mehrere Insekten gegeneinander kämpfen lassen oder auch die Trackbots mit einbeziehen. Rennen, Kämpfen, Aufladen. Das Gitterbot ist bereit für seine Mission.